hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite ich habe versucht ein Emuja Video aufzuladen, äh zu spielen, sag mal so aber hab's die letztes game bekommen, da hab ich sie erstmal ausprobiert, da hab ich sie noch nicht aufgenommen und dieses game hab ich leider eh nicht bekommen ähm, der wird gemutet deshalb, spielen wir jetzt eben ULRE und ein ULRE Video ist sowieso fällig ähm, bevor das game richtig anfängt, noch eine Information und zwar verlosen wir ein Skincode mal wieder, wie immer, ihr wisst ja bescheid, wir haben immer wieder Skincodes zu vergeben und zwar vergeben wir das Spooky Nightmare Skin von Cupid äh, was ihr dafür tun, tun müsst, nichts großes ihr müsst nur eure, unserem Discord Server joinen, weil, äh, da machen wir das Gewinnspiel ab jetzt da ist es auch dann leichter für das, ähm, um das dem, demjenigen, den Gewinner zu, zu senden als Nachricht weil, wenn jemand zum Beispiel in YouTube gewinnt, oder so, wenn wir das Gewinnspiel in YouTube machen, dann, äh, muss ich demjenigen irgendwie erstmal herausfinden, wie der irgendwo wo, wo, wo heißt das dauert zu lange und den, äh achten, der Bluter, du bist tot ja, und den Discord geht schneller, dann sehe ich gleich jemand, äh, wer das gewonnen hat und ich kann ihm die Nachricht schicken nein ähm also, ähm, Discord Server joinen und, äh, ich mache einen Channellauf, da steht Gewinnspiel und da drunter einfach, äh, in den Chat schreiben, dann äh, ich höre, ich bin behindert warte, ich kling kurz, okay, easy und da drunter einfach, also in den Chat, dann in den Channel schreiben, Cupid Skin mehr nicht, bitte damit ich durchblicke, wer, äh, für was darüber schreibt also, das ist irgendwie kein Chat, um irgendwas reinzuschreiben nur für das Gewinnspiel gedacht Jäger Wolkersupport, Bro ja, ähm, das Gewinnspiel läuft bis zum 24., also eine Woche diejenigen, die es noch nicht bis dahin getippt haben, die sind dann eben nicht dabei okay, weg hier äh, das alles schreibe ich dann noch in die Beschreibung rein weil ich hab grad viel gelabert Schaut in die Beschreibung bitte, Leute weil ich irgendwie zu viel gelabert hab oder irgendwie drumherum gelabert hab was ist mit dir, Bruder eh auf meine Kills zu klauen, Dig äh, wie, das geht nicht durch die Wand ich hab's ähm, Vulcan Support Broken immer noch genau, schaut, schaut in die Beschreibung da schreib ich nochmal das rein, was ihr machen müsst für das Gewinnspiel genau weil, ich glaub ich hab während, ich glaub ich hab irgendeinen Scheiß gelabert gerade ganze Zeit und ich bin mir nicht sicher, ich glaub ob ich es richtig erklärt hab ja egal, ähm ja, weiter geht's mit dem Video, ne ähm ich weiß nicht mehr, wer sich ein Ulro Video gewünscht hat, ehrlich gesagt aber hier, bitteschön ist jetzt kein Ranked Video weil Ranked ist gerade gesperrt warum auch immer Hi-Rest, Alter was soll ich sagen ich konnte ungefähr 15 Minuten lang nicht mal auf Play Button drücken alles andere ging ich konnte auf Götter gehen ich könnte auf den Store gehen aber Play ging nicht was soll ich sagen, Digga oh, die Wave nehmen wir noch mit bevor ich Transcendence kaufen gehe der Agni ist safe tot ich call mal ein Enemy-Villie hehehe hehehe so, wir holen uns das und daaaannn holen wir noch ein paar Puls Kupschau nah, wir holen uns keine Puls Chai, stop diese Explosion und movement speed ding 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 hm 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 ah, ja, ja, ja hallo ähm, macht keiner den Red Buff? soll ich den machen? geht den Red Buff? geht mein Midlane eigentlich, oder? du bist auch tot, Bruder hehehe da dachte ich wohl, du sneakst das kurz, he stund ne jääh jääh heeeh neaih Ich habe den Agni gerade gekillt. Entschuldigung. Es tut mir leid. Bruder. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Was ist der Jungler? Ich will nicht sterben. Lazyback. Easy. Okay, Leute. Wir killen ihn jetzt, okay? Easy. Easy, sage ich euch. Ah! Ciao, du Hund! Brenn in der Hölle! Oh Gott, manchmal liebe ich dieses Spiel. Und manchmal hasse ich es wie die Beste. Bei uns fehlt zwar gerade... Boah, ich wollte springen. Bei uns fehlt da gerade einer. Aber scheißegal, ich lade das Game trotzdem hoch. Ist irgendwie lustig. Also auch wenn es nicht vielleicht länger als 10 Minuten geht oder so. Aber die Info wegen Gewinnspiel ist ja... Das war ja so eigentlich der Hauptgrund, warum ich ein Video gerade mache. Aber da ich jetzt noch ein Ulde-Video hinkriege, Beste. Da kommt gerade ein Susano nach links. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich muss ihn erwischen, bevor er sich fickt. Susano? Susano! Bruder! Digga. Riech dich doch, Alter. Das ist ja nur. Oh. Nein, ich wollte mehr Sprechen. Fuck you, Digga. Ich habe ungefähr alles nicht gemisst. Das ist eine gute Idee, Ninja Tabi zu holen mit meinen Auto-Attack-Skills. Ich glaube schon. Da es casual ist, Wards sind überbewertet. Okay, Mensch. Der braucht schon Wards. Ich will nicht wissen, wo der Gegner ist. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ah, Bruder. Bitte nimm nicht meinen Red-Buff. So, Hunde. Oh, Gott. Komm her, Don. Eh, Auto-Attacks. OP. Game of Justice. Irgendwoher kenne ich den, Alter. Was sollen wir machen, Leute? Das Game ist, also, ich will nicht mehr auf die Dueland. Ich habe einen scheiß Support-Vulcan, der mir auf den Sack geht, irgendwie. Mit der ganze Zeit meinen Red-Buff, der Hund. So, der ist tot. Die hat's überlebt, ich glaub's ja nicht. Die haben's beide überlebt. Rain in der Hölle. Kick euch noch, ich dive den scheiß Tower, ist mir kacke egal. Ich krieg auch noch. Okay, ähm, Apache fehlt in der Mitte. Wechsel doch! Ah, Digga, wieso wechselst du die Stenz nicht? Nein, ich hätte sie gekillt, safe. Gib's auch ab. Loki, Ulti sie. Nein, der hat keinen Ulti. Ähm. Executioner. Nee, Alter. Ich glaub mal, fail not wollen, glaub ich. Ach, Digga, ich hab so meine Probleme mit den Stands. Jetzt mal ohne Spaß. Hat Ulrich diesen Stands-Tausch-Bug, Alter. Manchmal drück ich die vier ungefähr fünfmal hintereinander und der tauscht mich. Nein, die wollen meinen Red-Buff, diese Runde. Nee, die wollen doch nicht meinen Red-Buff? Sind die, Alter? Also, das Game ein bisschen lagt, Leute. Bei mir lagt es auch auf und das ist safe an Hyrule schon wieder. Weil es hat schon am Anfang rum gespackt. Also, sorry dafür. Wir nehmen uns mal schnell den scheiß Tower hier. Und auch nicht. Oh, Gott. Ah, ich töte mich lieber selber, als das ich denke. Ich glaub, wir werden das Game verlieren. Na gut, jetzt sind fünf gegen vier. Wir werden safe verlieren. Kann die A-Frau auch nicht killen. Gieß es. Ich nehme mir lieber die Wave. Die Tanki. Hatten die gekauft. Ja, ein bisschen Tanki. Okay. Was? Beat-Buff brauch ich mir nicht holen. Loki ist ja da. Ah, wir haben den Loki, die Gäste. Höh? Trimmt ja. I will come in. Ja, will ich mal hoffen. Ich werde dich runter. Hey, da. Ah, hallo. Ja, wir haben den Kinn. Da, du gehst zurück. Ah. Ich werde dich runter. Geh, 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 Geh. Geh, 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 Geh. Ich werde das schnell verhören. oh 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 ouch oh oh god nein nein ja zizi obelix bewegt dein arsch oh obelix ist da ok ich brauche keine eckes digga ich brauche meine mein blink um den hund in dieser mittlere nicht hoch zu ficken also diese anruhe hat den tod verdient wir haben alle den tod verdient fuck ok okay oh digga oh mein gott ähm ich hab grad so viel damage kassiert haha digga wie oft verfehle ich eigentlich meine scheiß axt pretty damn bitch scheiße a porsche macht damage also wie viel hab ich kassiert von a porsche äh mathematik sagt nein 600 667 irgendwie sowas so wir haben jetzt fail not wir sind broke die die sind Susano muss ich auch ficken der hat auch den tod verdient die haben alle die tod verdient ah ich muss sie töten Freunde Leck mich Sack, Digga Fuck, wie hat der meinen Jump erwischt? Gott, ich Fuck Okay Ich hör auf mit dem Camp Ich geb's einfach auf Nicht warte auf die Teamfights Dieser Susanoo ist ein Problem, Alter Der geht noch richtig auf den Sack Warte, wenn ich einen Loki sehe, Alter Ich krieg Wirkreis, Augenkrebs und Malaria Alles gleichzeitig So, ich sollte mal wieder meine ADC-Rolle spielen, oder? Was hat ein Fehlender für eine Passive? Ah, wenn nicht meine Ulti-Cast, okay Weil ohne erzählt, das hat die ganze Zeit ungefähr So, Anhur Komm her, Dunst Mach eins gegen eins gegen mich Verfickte Gefickter Hund Ich hör ab Easy 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 Okay, mein Nvidia will mein Highlight nicht speichern Ja, fick dich So Alter Schwede Lackt das Game, Digga Wie soll ich so irgendwas treffen? Aber eigentlich will ich das Game trotzdem hochladen Also Leute, sorry Falls es lackt oder so Aber eigentlich ist das Game geil Werde hochladen Ihr dürft mich beleidigen, wenn's lackt Oh, meine Autotech sind broke Und meine Eins ist nicht broke Oh Gott Nein Ihr Hunde, kämpft eins gegen eins gegen mich Nice, Loki, Alter Du bist es, Alter Lachst hier aus, weil du abhauen kannst Digga Nein, nicht aufgeben Bunte Boah, dieser Loki-Spieler ist so gut, Alter Er ist schafft abzuhauen Als ein Loki Und der lacht dir auch noch aus, Digga Er ist auch noch stolz drauf Krass Also wir werden das Game safe nicht gewinnen Aber ist ja egal Ich mein, es müssen ja nicht immer Games sein, wo wir was gewinnen Man, ich wollte ihn killen Digga, wie viel Damage macht der Susanko? Warte, der ist Level 18 Oh Gott, ich bin 3 Level unter dem Fällt den uns? Ja, nice Also ich krieg das Level Was für ein Level? Ich krieg das Game zwar aufs Maul Aber wie gesagt Es müssen ja nicht immer Games sein, wo wir ausrasten Ist irgendwie trotzdem lustig Also, beschwert euch nicht die Runde What the fuck Was war das, Digga? Okay Also wir machen jetzt mal eine Blink-Act Und dann sterben wir wahrscheinlich Obwohl wir in 4 gegen 5 Haben wir echt gut überlebt Wären wir in 5 gegen 5 gewesen Safe Hätten wir schon längst die auseinander genommen Und der Vulcan will keinen Farm-Teil Krieg ich einen Redbuff oder so? Ich bin so schlecht Ich bin so schlecht Leute, das liegt am Dingslack Stop don't Oh Gott Oh mein Gott, Alter Auch unbedingt AC Das ist ein Top Damage Loki ist Top Damage Machen die Gegner eigentlich? Wohin wollen die? Digga, die Auto-Attacks kommen 5 Jahre später Ja, es liegt daran Leute Sonst würde ich jeden Auto-Attack treten Wenn nicht noch mehr Ich treffe nicht mal meine Skills auf die Minions an Ich würde meine Cooldowns runtergehen Mal irgendeine Scheiße aktivieren Bei den anderen Stands Okay, das wird nichts hier Wir gehen nach links Äh, nach rechts Habe ich schon eine Rechts-Links-Schwäche So ein Herc Nee, auf den gehe ich nicht Der ist schon Bro Ist sie Oh Gott Geh weg Brennt in Hölle Nein So ein Motherfucker Ich hasse Aphrodite Hercombo Ich hasse es So, Execution holen wir jetzt auch noch Uh, nice Gerade, ich dachte Die Adultie oder so Kann noch was machen Obwohl die ist Level 12 Die wird gerade gefickt What? Ich glaube wir müssen das Game aufgeben Die machen jetzt Fire-Joints Ähm Fickt euch, Alter Herc Aphrodite Kombo Jeder, der das spielt, ist ein Hund Mach jetzt einen Sneaky Pisser Verschrechts Nicht aufgeben, Leute Wollt uns den Phoenix Komm schon Komm schon Wenn ich den hole, Digga Isi Isi Behindert Guckt euch, wie broken der ist Nein 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 Ihr Hund, ihr killt wenigstens irgendjemand Ja Geht doch Okay Ich brauche, glaub Das Das Warte Warte Der hat Leben, Digga Wir holen uns die Chinsace Der hat kaum Physikal Protection eigentlich Nur das da Und Was zum Fick Was für Bild eigentlich Ja Ja Fick sie Die arme Arme Aurelix Level 16 Oh Loki Oh Loki Split Push Gott Ich hasse Loki Alter Selbst wenn er in meinem Team ist Ich hasse es Guckt mal diese Huren So eine Aktion an Die er macht Gut, ich habe auch die rechte Länge gepusht Aber ich bin kein Loki Ich bin kein Loki Was machen wir denn jetzt Erstmal brauche ich meinen scheiß Redbach Nicht dass der Vulkan Das schon wieder sneakt Dieser Loki Alter Alter Ich will damage Macht die Tuss Ich bin gestorben Wie viel damage macht die What the hell Der Loki auch tot Ja Sehr gut Ich brauche Brawlass Brawbrawbraw Genau Ich brauche Brawlass Das Game wird irgendwie länger als nötig Also der der Ultran gefragt hat Ich weiß nicht ob das das Geil Ich weiß nicht ob das das Bis ganz das ist Was du dir vorgestellt hast Aber ich hoffe das Befriedigt dich Bruder Oder Schwester Ich glaube die ganzen Ich glaube die Arvada Kommt sie dir Alter Ich brauche mal hier noch Worte Oh Gott Ohne Wiss die 4 Ist verbuggt bei Ursel Komm her Anhur 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 Ich komme Der Hund Digga wo ist der Okay Ist nicht in die Luft aufgelost Die beleidigen den direkt Alles klar Digga Smite Gott Verpest euch Alter Kämpf nicht gegen eine Hurt in so ein Combo Wo ist der Wo ist der Wo ist der Anhur Anhur Komm schon Loki Tu seine Loki Sachen Und nimm den rechten Phoenix Alter Oh Gott Im Himmel Digga Ich habe nicht mal Peel Alter Ich hätte nur einen Support Anstatt Stattdessen habe ich so einen Bastard Hier Was machst du eigentlich Digga Hast du vor Also irgendwie glaube ich Ich brauche mehr als Blöds Jetzt mal ohne Witz Oder Magiskloak Oder wie du jetzt auch immer heißt Uh Der hat ihn gefickt Der hat ihn gefickt Nice Oder mehr Live-Stil Eins von beiden Der wird gar quick Sehr gut Man dieses Game geht mir langsam Auf die Sache Also Leute Wenn das Game zu lange geht Und irgendwie sinnlose Kämpfe Dann spule ich ein bisschen vor Weil den Zweck haben wir ja jetzt Erfüllt Alter ist ja okay Diese Hunde Verwendet halt alles auf mich Alter wir haben zwei Assassins man Können nicht mal die Squishies ficken oder Fick diesen Hör Ah nie Jawohl Ja Okay jetzt What the What the Fuck the only Digga, issi, wendet die Scheiße, kein Bock mehr auf das Schwennen, was der Logios machst du eigentlich, was macht der Agni eigentlich, 5 Sekunden, oh Gott, das wird das, was ist der Magni hat, Alter Ich sie, ja, ihr Hunde, die lacht sich aus, oder jeder, der sagt, irgendwie, ich bin abends, aber ich sie auslache, ist mir scheißegal, ich hab's verdient, ich hab's verdient, eine fucking Kombo mit Afro, Hörg, Alter, jo, Freunde, schön, dass ihr da wart, ich hoffe, das Video war okay, äh, vergesst das, Gewinnspiel nicht, mitmachen, ne, damit ihr was gewinnt, weil immer wenn wir ein Gewinnspiel machen, also ein Skincode vergeben, im Stream, sind da ungefähr 5 Leute, die mitmachen, so, ja, ähm, geht zum nächsten Mal Fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch von Herzen, fickt euch, fickt euch, diese Worte sind für uns von großer Bedeutung, sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sind das andere. Untertitelung. BR 2018